Oh! Was? Hä? Das geht nicht mehr gerade weg. Also nachdem der Seppl mich ja das letzte Mal mit Wasser übergossen hat, werde ich ihn jetzt mal erschrecken, er ist gerade beim Rasieren. Ah! Sag mal, spinnst du? Ich habe mich voll... Scheiße, Scheiße! Warte, warte, warte! Oh mein Gott, Scheiße! Hol schnell was! Ja, warte! Ah, du spinnst ja! Weißt du eigentlich, was das mit mir... Das wollte ich doch nicht! Das wollte ich doch nicht! Ich wollte doch nicht, dass du dich reinschneidest! Verarscht! Das ist Kunstblut! Ah, Kunstblut! Ich habe doch gewusst, dass du mich verarschen willst! Du bist die ganze Zeit schon so rumsprichtig! Du bist so ein Arschloch, echt! Oh, Kunstblut! Du bist so ein Arschloch! Weißt du, mit sowas machen wir keine Witze! Oh Gott! Was? Hä? Das geht nicht mehr gerade weg. Wie? Das geht nicht weg! Das geht nicht weg! Ja, das hast du dann jetzt davon! Mensch, wie oft soll ich es denn noch sagen? Teilen, Teilen, Teilen! Ist denn das zu schwer?